Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10710 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Persönlichkeit beeinflusst unser Verhalten und unsere Entscheidungen. Die Persönlichkeit beeinflusst unser Verhalten und unsere Entscheidungen. Schau mal, ich stehe hier oben auf dem Schneehaufen. Schau mal, ich stehe hier oben auf dem Schneehaufen. Das Buch ist toll. Eveline hat ein Pferd von ihrem Vater bekommen. Ich habe die Zwiebel halbiert. Dabei kamen mir die Tränen. Ich konnte es nicht verhindern. Ich habe die Zwiebel halbiert. Dabei kamen mir die Tränen. Ich konnte es nicht verhindern. Erfolg im Sport erfordert nicht nur körperliche Fitness, sondern auch mentale Stärke. Erfolg im Sport erfordert nicht nur körperliche Fitness, sondern auch mentale Stärke. Erfolg im Sport erfordert nicht nur körperliche Fitness, sondern auch mentale Stärke. Liegt die Körpertemperatur über 38 Grad Celsius, spricht man bei Erwachsenen von Fieber. Wir genießen das Leben nicht nur im Urlaub, sondern jeden Tag. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.